In ihr sind drin, das heißt, es wird wieder ernst. Denn, wir starten Granny einen kleinen Besuch ab. Mal wieder, ich mein, keine Ahnung, wie oft wir die jetzt schon besucht haben. Five Days at Granny. Ja. Wir waren schon so, wieso sollen wir jetzt fünf Tage bei der bleiben? Wie mockt es da nicht? Ja, da ist Granny, also ohne den Pfeil hätte ich sie nie und nimmer erkannt. Ja? Tust du was? Ja, wirst du rat. Die erste Nacht. Warte mal, Five Days at Granny, ja, okay, passt schon. Aber eigentlich wäre es Five Nights at Granny. Also, a.k.a. Granny Gute-Nacht-Edition. Okay, du hast das hier. Alles aus Chapter 2 sogar. Alles Spie. W-w-was? Wart mal. Hä? Äh, wart mal, wart mal. Was macht die Spinne übrigens da jetzt? Was ist der Pfeil da oben? Keine Ahnung. Also, Granny ist nicht da. Ey, ihr werdet ein blöder Teddybär. Boah, also wenn ich, was ich abkann, ist es die verkorkste Steuerung. Was ich überhaupt nicht abkann. Wo ist Granny? Ah, Slendrina Ahnung, ja, da ist... Hä? Warum blinkt das ganze Zeit rot? Was muss ich tun? Was war das jetzt? Ach, guck, ich bock nimmer, hey. Das ist ja so ein Blödsinn, hey. Was hab ich da machen müssen? Der ganze Zeit rot, 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 rot. Da, ich hab den... Den Telly gerade ganz in der Hand halten. Also, was muss ich sonst machen? Ach so, das Radio. Ja, okay, alles klar. Also, ihr startet jetzt hier. Ihr habt hier so... Ja, die Pole Position nicht gerade. Gut. Jetzt hab ich's soweit hingekriegt. Schön ist, wenn ich die Flashlight nutze. Mach ich einfach nur die Tür auf. Und du hörst die Taschenlampe. Macht jetzt gerade null Sinn, aber egal. Wieso kann ich hier hochgehen? Also, wieso das sagt das Spiel? Hey, du kannst da hoch, aber dann kannst du wieder nicht hoch. Ja, jetzt hab ich's kapiert mit dem Radio. Aber was hab ich da bitte schon angriffen? Ich muss erwarten, bis sie die Position wechseln. Ja, das ist... Ich mein, ah, du hast die typischen FNAF-Sounds. Ich mein, das... Das wär halt schön gewesen, wenn du auch nur eigene Sounds gehabt hättest. Ja, aber das ist das most basic FNAF-Prinzip gerade. Aber wirklich... Bad to the bone ist das hier vom Prinzip. Wir haben's immer noch nicht 1 Uhr, by the way. Also, da vergeht es echt... Langsam. Ich weiß nicht, wie ich da die Spinne abwehren soll. I don't know. Oh, wir haben's mal 1 Uhr. Ich hab das mal gerade nur schwer auf den Tag schauen. Ja, aber das ist Nacht 1. Ja, ja. Ja, also, die Gute-Nacht-Edition von Granny. Die Spinne ist immer noch an seinem gleichen Platz. Und die bewegen sich halt gar nicht. Warum kommt jetzt der... Okay, die haben's zumindest mal vermischt. Aber wieso kam jetzt gerade der... Nein! Nein! Wieso kommt das FNAF-Musik auch noch dazu? Es ist nicht FNAF! Das ist Granny! Und da kommt der FNAF-Sound, weißt? Ich versteh's halt nicht. Ich stehe halt immer noch da, wie bestellt und nicht abgeholt, weißt? Kommt eh gleich der Granny Express, dann brrp! Kommen sie zu mir. Hab ich unendlich Taschenlampe? War jetzt kein korrektes Deutsch, but I don't care. Nee, die bewegen sich keinen Millimeter. Kommt jetzt ein bisschen Grusel? Haben die sich jetzt mal bewegt? Nein! Ja, jetzt kommt ein bisschen Granny-Musik. Keine Ahnung, ob das vorher auch schon war. Ich hab eigentlich irgendwie wirklich nicht... Aber drauf aufpasst. Ja, kommt daher, ihr wisst, wo ich bin. Ich wisst... Ja, ich wisst. Ihr wisst ja, wo ich bin. Come and find me! Nee, die... Bewegen sie sich erst ab 3 Uhr? Oh, jetzt geht die Taschenlampe runter. Und das wahrscheinlich, ja, ich vermute mal ganz stark, wenn sie da sind. Aber Toxic geht entweder ganz schnell runter oder gleich weg. Okay, das geht gleich weg. 3 Uhr haben wir das beide. Boah, wenn mich was richtig nervt, dann ist das sowas. Wenn immer wieder zack, 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 zack. Oh, Grandpa hat sich mal bewegt. Warte mal, wo ist Grandpa hin? Granny hat sich jetzt ab... Nö. Nur der Grandpa. Bei ihm bringt doch der Teddy nix. Kommt schon wieder die Flapfmusik. Ah, da ist er. Granny hat sich immer noch nicht bewegt. Nee, die bewegen sich keinen Millimeter. Oh, hat sich die Spinne jetzt bewegt? Nö. Nur er! Der ist der Einzige. Weiß, Five Days are Granny. Aber... Der ist der Einzige, der sich da großartig bewegt. Und der nicht mal... Oh, Slendrina bewegt sich jetzt. Granny? Nö. Die hat, die habe ich... Ja, die habe ich offscreen gesagt. Macht das keinen Sinn. So, jetzt haben wir zwei Gefahren. Ja, bei ihr brauche ich wahrscheinlich Teddy. Was brauche ich bei Grandpa? Bei Granny? Bei der Spinne? Bei allem? Was brauche ich da? So, was hinter der... Nee, da ist nix neben der Spinne. Ich habe gedacht, irgendwas wäre da. Also, du musst so vorsichtig unten... ...auf die Kamera klicken. Fünf Uhr, by the way, schon. Such schwere Schicht. Also, hey, wir haben Jumpscare schon mal erlebt. Und wir werden die erste Nacht erfolgreich abschließen. Habe ich so das Feeling? Wenn jetzt kein Mist passiert... Die bewegen sich immer noch nicht. Diese Musik, die passt da einfach nicht rein. Die passt da nicht rein. Falsches Spiel. Komm, geh zurück in dein eigenes Franchise. Oh, das ist... Oh, das tut einfach weh in den Ohren, wenn das vermischt wird. Oh, das... Da wird mein Ohr schon halber taub, hey. Von dieser... Vermischung. Hä? Hi. Ha! Ich habe ja gesagt, ich schaff's. Kinderspiel. Dem, dem. Zweite Nacht. Ohne viel Tam-Tam. Kein Cutscene, keine Dings, keine Erklärung, kein gar nichts. Zack, bumm, sind wir wieder hier. Wer braucht schon Erklärungen? Braucht man nicht. Einfach nur machen. Einfach nur machen. Nichts sagen, einfach machen. Das ist die Devise. Aber... Wenn er herkommt. Was soll ich da bitte schon machen? Kurz aufwachen? Ihn anschauen und wieder zumachen, oder was? Keine Ahnung, wie ich mich bei ihm wehren soll. Bei so einem Drina kann ich es mal mit dem Teddy vorstellen. Ja. Aber bei der Spinne, was soll ich da bitte schon machen? Und warum kann ich da immer noch nicht raufschauen? Warte hier. Bläh. So. Nein. Du nicht. Ne, die sind immer noch am gleichen Platz. Es zieht sich einfach wie Kaugummi grad. Weißt du, das Anstrich ist, wenn einfach nichts passiert. Du hattest halt da wie so ein Depp. Und hoffst einfach für das Schlimmste. Ne, für das Beste eigentlich. Ne, es bewegt sich einfach keiner. Kann halt gemütlich alles hier maximieren. Nur nicht mein Excitement. Das kann ich nicht maximieren. Ich finde es immer nur lustig, dass ich eigentlich die Flashlight-Taste drücken muss, damit die Tür aufgeht und ich gleichzeitig noch das Licht an habe. Na, nicht nur wieder die Musik. Ah, Sandrine ist weg. Das hört sich echt so schlimm an. Nein, das ist böse. Das hört sich einfach schlimm an. Was? Na, nein, nein, komm. Na, get out of here. Nein. Die haben nicht ernsthaft ein Freddy-Lachen hergenommen für Granny. Ist das euer Ernst? Die haben nicht wirklich ein Freddy-Lachen reintan. Das ist denn ja ihr voller Ernst? Dieses Spiel. Dieses Spiel. Vermischt einfach mal beides und lacht dabei noch, weißt? Ob dir das gefällt oder nicht, wir machen das. Hoffentlich ist bald Mittwoch. Da fängt er immer Tag eins an und das ist immer der Montag. Normal. Die bewegen sich halt einfach nicht. Die Spinnen näher kommen. Keine Ahnung. Oder war Sandrine gleichzeitig das mit dem Radio? Oder ist die... Wart mal. Nee, wart mal. Na, 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 na. Die Spinnen. Die Spinnen halte ich mit dem Radio fern. I think. Es bewegt sich gar keiner hierher. Vielleicht wollen die nicht. Wäre auch nicht abknecht, wenn die einfach bleiben, wo der Pfeffer wächst. Weißt du, wenn ich Sandrine einfach mit dem Radio... ...äh, dingsen könnte, ablenken könnte. Kaum sag ich's. Kaum sag ich das schon wieder. Hör auf! Brady ist weg. Brady ist weg! Nee, die ist nur da. Ah! Blöd. Da! Teddy! Teddy! Lol. Ja. Die Obse vertrieben. Ich bin so gescheit. Ha! Ich bin schlau. Ich bin so super schlau grad. Nur wenn ich nicht auf die Tassen treffe, dann bin ich nicht so schlau. Wo ist Granny? Wo ist Granny? Hä? Die war doch grad noch... Hä? Die war doch nicht bei mir! Das Spiel schreit nicht mal. Nee, die ist nicht da. Die ist einfach nicht da! Die ist weg! Null! Ausgewandert! Aus dem Haus raus! Weg! Weißt du, wie ich Sandrine avoid? Wo ist die hin? Die ist nicht mehr da! Null! Aus dem Spiel raus! Gelöscht! Und schon wieder die Musik! Hört's aber in der blöden Musik auf, ey! Mock nicht! Grandpa müsste so langsam irgendwann mal vor der Tür erscheinen. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn avoid. Sollte ich jetzt alle mit dem Teddy avoid? Nee, egal! Wir haben das jetzt die zweite Nacht geschafft und ich habe jetzt extra keine Lust mehr. Das ist... Ja, yay! Weil 6 Uhr. Nee, ganz ehrlich, dann lass ich's gut sein. Es ist im Endeffekt nur ein Fnaf-Klon im Granny-Kostüm. Pretty much. Ja, dann lass ich's gut sein. Ja, wie gesagt, es ist einfach nur ein Fnaf-Klon mit Granny. Nein, die Assets. Mehr ist es nicht. Und dann lass ich's auch gut sein. Und das heißt, wir sind am Ende jedes Videos. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.